herzlich willkommen zur allerersten folge minecraft ja das game gab auf mein kanal noch nie und ja ist noch die alte version aber ich würde sagen wir starten einfach mal rein ich hab schon angefangen wir wollen heute nämlich einen kleinen bunker bauen in dieser folge und ja schreibt gerne mal kommentare ob ihr noch mehr minecraft let's plays sehen wollt und ja ich habe mir schon mal ein bisschen angefangen hier das anfang zu bauen okay ich würde sagen so dann ist hier schon mal ja dann müssen wir hier noch mal sind blocken bauen wir sagen immer flaster stein hier sagt also das soll halt wie so ein kleiner punkte werden also das soll wohl nicht als auch praktisch sein also zum überleben auch so soll ja ganz gut sein ich baue heute ohne anleitung in die sommer fällen werden jetzt auch viel mehr videos glaube ich kommen so okay so zack 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 noch einmal so ah minecraft ist ein geiles spiel ey minecraft ist ein richtig geiles spiel ich habe gerade ein video aufgenommen für ls 22 könnt ihr euch auf sie wird bald auch jetzt online kommen online kommen ich würde sagen wir lassen sich hier ein so ein ding frei ein so ein ding lassen wir hier so so okay so machen wir hier mal so so okay gut dann wird es hier kommt noch noch ein gang das können wir verbinden also erstmal so ein kleiner gänger so mit 4x4 so ja ja das hier sieht ganz gut aus äh so ich hoffe ihr bekommt das nicht hier so ah da ok das war doch so das ist gut ey das ist sehr gut dann haben wir die treppe so äh nur mitten im bunker so zack 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 ich würde ich sagen ich mache jetzt einmal den sand ich denke mache ich auch noch mal eine höhe so ok so das sieht doch äh schon ganz gut aus so aber man kann natürlich noch nicht reiben raus so ja so kommt man raus aber äh es gibt da hier auch treppen ich würde sagen wir nehmen wir einmal hier so eine stein treppen so der sand ist eigentlich egal so zack kommt man kann man das eigentlich gar nicht hier ja ja genau dann muss man hier nochmal so zack und man kommt rein und raus jetzt man kommt jetzt rein und raus ok da fällt nur noch bisschen licht dann haben wir hier natürlich äh fackeln würde ich sagen machen wir hier einmal alle zwei dinger also ok dann ist hier so ein Loch ne ich brauche einen nochmal zu so drei dinger an jeder wand hier einmal eins zwei drei so ist das so besser wenn es an der Wand ist echt äh was kann man ja doch so ist besser doch doch ich mache es mal so so ich mache es mal im Kommentar rüber wie ich eh das hier baut hätte so also so ist halt meine Bauart also zum Beispiel zum Bunkerbauen oder so 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 ja und ich nehme mal so ein paar Fackeln ran damit das schön hell ist hier in dem Gang ein zwei Fackeln so ok dann ist hier noch ein paar Fackeln nochmal vielleicht so ein Heimgang einmal so machen wir so eine Falltür so na äh ja so ist gut so denn wie so ein kleiner Heimgang also wie so ein kleiner Fluchttunnel der führt der nach draußen der führt der nach draußen das ist so eigentlich das ist eigentlich ganz gut so jetzt kann ich so machen dass das so ein bisschen hoch geht also so so zack hier einmal so rein ja eins zwei so eins zwei ok gut oh wir sind in der Höhle hier ey das ist geil ey ist schon versteckt hier denk so ein bisschen weg so ja so 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 okay gut dann hier mal eine Fackel hin so und man sieht eigentlich nicht dass hier eigentlich ein Bunker ist aber ich kann hier ein eigentlich kann ich hier so ein bisschen so ein bisschen tarn so 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 an der Seite so ein bisschen so zack gut das sieht eigentlich ganz gut aus das sieht das sollte eigentlich ganz gut aussehen so 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 okay ja das sieht gut aus ja das können wir einfach so lasten so und dann geht der Geheimgang also der Heimtunnel geht einfach mal hier so in die Höhle rein so hier ah ja ok müssen wir da mal nochmal so weg machen so also ja zack 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 gut so dann ich kann ne das brauche ich eigentlich gar nicht weil das sieht man eigentlich nicht so und vielleicht können wir dann nochmal so einen Weg bauen irgendwie noch so ein vielleicht so einen so einen zweiten ähm aber ich kann hier nochmal einen Gangen bauen der geht dann hier nochmal so rein und hier ist auch nochmal so eine kleine Kammer so ok ja das soll ja ganz gut aussehen hier ist ein bisschen Kohle das können wir im Überlebensmodus das können wir jetzt abbauen ja ok so wenn euch das Video gefallen hat dann lasst ein Abo da und ein Like ich würde mich freuen und ciao tschau tschau tschau